Willkommen zum Webinar mit den täglichen neuen Handelsideen heute für den 13. Juni 2018. Heute ist der Tag der US Federal Reserve. Das heißt, wir bekommen heute Nachmittag die wichtigen Nachrichten, auf die viele, viele Händler und Analysten hier an diesem Tag auch warten. Elena ist auch wieder live dabei. Guten Morgen, liebe Elena und auch nochmals die Einladung an alle von Ihnen, die hier live auf dem Stream auf Facebook zuschauen. Scheuen Sie sich nicht, wenn Sie mögen, stellen Sie Fragen oder lassen Sie Ihren Wunschmarkt hier direkt live analysieren. Und damit mit dieser Bitte direkt zum Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Ludger, ich sehe auch Sie sind heute wieder mit dabei. Auch Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wie ich das gerade angesprochen hatte. Heute ist der Tag, an dem die Pressekonferenz bzw. der Zinsentscheid der US-FED an die Presse und uns Trader sozusagen weitergegeben wird. Auf der Zinsseite scheint es nicht viele Überraschungen zu geben. Der Markt rechnet mit einer normalen Zinsanhöhung auf die Marke von 2%. Das ist das, was der Markt hier auch schon eingepreist hat. Viel, viel wichtiger sind die Aussagen dann entsprechend am späteren Zeitpunkt in der Pressekonferenz, wie die FED sozusagen die aktuelle Lage betrachtet und auch die Zukunft im Blick mit hat. Da geht es ja immer um das Thema auch der inflationären Entwicklung. Und da wartet der Markt auf eine Entscheidung, ob es dieses Jahr noch zwei weitere Zinsentscheide geben wird oder nur noch einen. Einer ist ja momentan fest geplant. Es ist aber so ein bisschen wackelig, ob es vielleicht noch einen weiteren, einen zweiten im zweiten Halbjahr dann geben wird. Das wird heute Nachmittag wahrscheinlich aus dem Statement entnommen werden können oder aber auch nicht. Wir werden sehen, wie es die Notenbänker entsprechend auch hiermit verpacken. Aber vorher gibt es noch einige weitere Informationen am US-Markt. Das ist um 14.30 Uhr der Erzeugerpreisindex für den Monat Mai. Und Sie wissen ja, wenn die Erzeugerpreise steigen, hat das entsprechend auch Auswirkungen auf die Inflation. Das kann hier Ausschlag auch mitgeben. Also wichtige Nachrichten um 14.30 Uhr. Um 16.30 Uhr gibt es dann vom Markt des Öls wichtige Informationen, und zwar die Rohöl-Lagerbestände in den USA. Da hatten wir gestern auch die Sitzung der OPEC, wo es ein Statement gab bezüglich auch der... Ja, ich habe das so richtig... Ich weiß nicht, ob ich es genau richtig wiedergebe, aber ich habe es gelesen, dass wir hier die Situation hatten, dass die Rohölförderung nicht erhöht werden soll. Mal sehen, wie der Markt darauf reagiert. Gestern hat er ja mit leichten Zuwächsen reagiert. Wir gucken, wie die Rohöl-Lagerbestände sich heute auch entwickeln und werden sehen, was da passiert. Auf alle Fälle dieser Termin ist sehr, sehr, sehr wichtig. Was gibt es noch am heutigen Tage? So viel ist es da nicht mehr. Es dreht sich, wie schon gesagt, viel um die Zinsen. Wir haben hier am Abend noch die Rohöl-Lagerbestände in Kasching. Da gibt es auch einige Informationen dazu. Und um 14.30 Uhr noch den Erzeugerpreisindex. Da gibt es die Kernrate für den Monat Mai. Auch gleich um 14.30 Uhr. Also diese Dinge stehen heute auf der Liste. Ich habe gerade gesagt, der Mani ist auch dazu gekommen. Einen schönen guten Morgen von meiner Seite auch an dieser Stelle. Und mit den Nachrichten gehen wir dann direkt auch, würde ich sagen, in die Charts. Was habe ich für Sie heute vorbereitet? Wir sprechen über das Währungspaar Austral-Dollar, Schweizer Franken, Euro-Britischer Fund und US-Dollar im Rubel. Also auch mal wieder ein etwas exotischeres Wertpapier bzw. ein exotischeres Zinspaar heute hier auf der Liste. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten Währungspaar, was ich heute im Blog für Sie ausgearbeitet habe. Und zwar ist das der Austral-Dollar Schweizer Franken. Sie sehen hier ein Bild momentan eingeblendet, in dem wir hier oben eine Art Trading Range auch sehen können. Wir haben hier auf der Oberseite den Top-Bereich von irgendwo 0.75719 in diesem Bereich hier oben. Sie sehen, ich habe es Ihnen einmarkiert. Da geht es nicht um den letzten Pip hier, um die richtige Zahl zu treffen, sondern das sind ja immer so Bereiche, die schwimmen so leicht hin und her. Und es ist wichtig halt zu sehen, was macht der Markt denn in diesem Bereich. Und auf der Oberseite haben wir während dieser Range immer wieder das Bild gesehen, dass der Markt abverkauft hat. Das ist also auch für diejenigen von Ihnen, die in kurzfristigen Bereich investiert sind oder gerne auch investieren, sind das immer gute Bereiche, wo man in den kleinen Zeiteinheiten sehen kann, wann der Markt nach unten rumdreht, was dann interessant wird. Das Gegenspiel passiert dann auf der Unterseite. Das heißt, die untere Range, die haben wir irgendwo in dem Preisläufe von 0.74235. Also hier auch immer entsprechend die Lünden an den Kerzen hin in diesem Bereich laufend. Manchmal auch ein Stückchen weit drunter und dann direkt wieder mit nach oben. Das sind die ganz normalen Verhaltensweisen in solchen Bereichen, wenn der Markt noch nicht so richtig die Richtung gefunden hat. Was war gestern interessant? Im Normalfall ist es ja so, dass ich sage, okay, innerhalb der Range ist es nicht unbedingt, sinnvoll zu traden, weil wir gute Ergebnisse erzielen können von der Ober- zur Unterseite und von der Unterseite zur Oberseite. Aber ich hatte hier gestern diese Kerze gesehen, die ich hier markiert habe, die doch vom Hoch deutlich nach unten abverkauft worden ist. Hier auch in den Bereich des Tagestiefs vom Dienstag hineingelaufen ist bei 0.74678 und dann halt auch drunter gelaufen ist. Und hier jetzt im Endeffekt im Stundenchart, den schauen wir uns auch gleich mal an, sozusagen den Trendverlauf gegeben hat, wo man einfach sagen muss, okay, es lohnt sich hier mal hinzugucken. Was passiert denn hier? Warum hat sich das gelohnt? Und zwar, oder wieso schaue ich da ganz gerne hin, wenn wir mal schauen, wir haben hier entsprechend einen Aufwärtstrend in der Stunde gehabt. Und hier ist dieser Aufwärtstrend durch diese starke Kerze nach unten sozusagen gebrochen worden. Und das ist ein interessantes Merkmal, weil hier die Situation halt sein kann, dass der Markt halt wirklich rumdreht und wir uns dann hier in der Stunde nach unten entwickeln. Das heißt, in diesem Bild hier auf der Tagesbasis wäre es halt interessant, wenn der Markt in der Stunde jetzt abwärts gerichtet ist. Dann ist das ein Markt, wo man dann doch durchaus in den kleineren Zeiteinheiten mal in den Chart der Stunde auch hineintraden kann und das Ganze als Richtlinie nehmen kann. Das heißt, man muss jetzt erst mal sehen, was hier passiert. Klar ist eins, wenn wir uns den Markt jetzt anschauen, aktuell ist es halt immer auch so ein bisschen, wenn man eine Vorbereitung macht, muss man halt auch wissen, man tradet nicht gleich los, sondern muss erst mal schauen, was der Markt macht. Das heißt, das Szenario in der Planung ist jetzt gewesen, wenn sich ein Abwärtstrend hier entsprechend fortsetzt, dann kann das Dynamik nach unten bringen. Jetzt sind wir hier aktuell live in einer Situation, wo wir sehen, der Markt ist jetzt hier über dieses Hoch oben drüber gelaufen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Aufwärtsbewegung gehabt, die diesen Abwärtstrend erst einmal gebrochen hat. Heißt vom Prinzip her, jetzt haben wir wieder so dieses Wischiwaschi im Tageschart, wo man einfach sagt, okay, da macht es jetzt wirklich nicht viel Sinn, mitten in dieser Trading Range zu traden, weil es ganz einfach aus Chance-Risiko-Gesichtspunkten nicht so gut ist. Aber diejenigen von Ihnen, die das, wie schon gesagt, in den kleinen Zeitanheiten traden, beispielsweise in den 5 Minuten, für die ist es natürlich interessant zu sehen, was jetzt hier los ist. Weil wir haben jetzt hier auf alle Fälle erst einmal diesen Abwärtstrend gebrochen, der ist rausgeschoben worden, entsprechend nach oben. Und jetzt ist es halt sozusagen, dass wir hier im 5-Minuten-Chart den Markt nach oben gerichtet sehen. Das heißt, wir haben jetzt hier schön einen Aufwärtstrend, der über diese Linie hinaus gespiked ist und dann entsprechend nach unten jetzt eine Korrektur macht. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich wieder rumdrehen, dann haben wir sozusagen hier den Tag wieder in der Situation, Sie sehen es auch an dieser grünen Kerze, dass wir sagen, okay, innerhalb dieser Range wird dieses Szenario nicht aufgenommen. Dreht er wieder rum, das heißt von oben kommend wieder nach unten. Das heißt, wenn wir hier sehen, der Markt wird doch wieder schwach, dieser Ausbruch ist doch nur ein kurzer Rutsch nach oben gewesen. Der Markt dreht hier wieder rum zurück, dann wäre das natürlich für die kurzfristigen Trader von Ihnen, wenn Sie beispielsweise im 5-Minuten-Chart sehen, eine schöne Verkaufskerze gewesen. Und dann sollten wir hier in dem 5-Minuten-Chart einen Abwärtstrend sehen. Und da haben wir dann in der kleinen Zeiteinheit wirklich im kurzfristigen Trading, wenn der Markt hier runterläuft, dann haben wir halt unten auch noch ein paar Anlaufpunkte, wo man kurzfristig auch hingehen kann. Und dann im Stunden-Chart beispielsweise auch sieht, wir haben hier unten dieses Tief im Stunden-Chart liegen. Wir haben hier ein paar Stunden-Tiefs auch liegen, die durchaus die ein oder andere Beachtung finden könnten. Das heißt, dann wäre die Dynamik nach unten wieder gegeben. Wie schon gesagt, das führt das kurzfristige Trading, wenn wir auf solche Kerzen hier im Markt reagieren. Das heißt, hier auf so eine starke Umkehrkerze, es läuft sich ja auch von unten nach oben, wenn diese starken Umkehrkerzen im unteren Bereich sind, gibt es halt auch kurzfristig immer mal die Chance, dass der Markt nach oben läuft. Jetzt haben wir so eine Kerze hier einfach mal zwischendrin, wenn es eine Bestätigung gibt, das heißt, dass der Markt tatsächlich wieder rumdrehen sollte, dann wäre die Tendenz ganz klar hier nach unten gerichtet. Und wir haben doch die Möglichkeit, dass wir hier dann sozusagen die Abwärtsrichtung noch ein Stückchen weiter sehen können. Und damit würde ich gerne zum nächsten Währungspaar gehen. Und zwar ist das der Euro-britische Fund. Den schauen wir uns auch mal im Tageschart zuerst an. Im Tageschart interessant zu sehen, was wir hier momentan haben. Sie sehen im Chart selbst, wir hatten hier einen aufwärtslaufenden Markt. Dann daneben gab es einen abwärtslaufenden Markt. Jetzt hatten wir hier wieder eine starke Bewegung, die den Trend hier gebrochen hat in diesem Bereich. Ich markiere das mal ganz kurz. Hier war sozusagen der Bereich des Trendbruches. Und dann hat sich jetzt hier sozusagen den Markt hier hochentwickelt, dann ein Stückchen nach unten geschoben. Und jetzt läuft der Markt wieder hier schön ein Stück nach oben in diesen Widerstandsbereich rein. Und jetzt haben wir hier sozusagen in diesem Bereich einen Widerstand hier oben liegen, wo der Markt immer mal wieder reingeht und im Moment immer wieder rumdreht. Das heißt, für diejenigen von Ihnen, die auch diesen Markt in der kurzfristigen Geschichte traden wollen, da ist es immer wieder interessant, hier von oben nach unten etwas ranzugehen und nach unten zu laufen. Das heißt, im kurzfristigen Trading passt das Ganze so. Jetzt hatten wir hier gestern eine Kerze im Markt. Ich mache Ihnen mal ganz kurz diesen Pfeil hier ran, damit wir wissen, welche Kerze wir meinen. Das ist sozusagen diese Kerze hier an dieser Stelle. So, gucken Sie, hier haben wir das Ganze. Diese Kerze und die war jetzt gestern hier im Markt anscheinend. Das heißt, wir haben hier eine Kerze, die eben hoch über die Vortageskerze gegangen ist, im Tief unter die Vortageskerze. Das heißt, die hat diese Kerze umhüllt. So, das heißt, wenn diese Kerze jetzt nach unten bestätigt werden würde, dann wäre es sozusagen hier die Prämisse, dass wir doch die Möglichkeit hätten, dass der Markt hier runterläuft. Jetzt sehen wir hier erstmal wieder eine starke Gegenbewegung. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir, wenn wir solche Kerzen sehen, dass wir uns hier auch die Stunde einmal anschauen und einfach mal schauen, was hier in der Stunde passiert. Und da sehen wir nämlich dieses Bild, dass wir mittlerweile einen Markt haben, der doch schon wieder nach unten tendiert. Das heißt, der Aufwärtstrend, den wir hier in diesem Bereich gehabt haben, der ist abgelöst worden durch einen Abwärtstrend. Und im großen Bild gesehen, wenn wir mal das ganze Spiel hier sehen, haben wir halt jetzt die Situation, dass wir hier doch fallende Hochkurse sehen und noch keine richtig fallenden Tiefkurse. Aber wenn wir jetzt diese starke Dynamik nach unten, nach oben laufend haben, das heißt, das ist jetzt die Gegenbewegung und der Markt würde hier sozusagen wieder rumdrehen. Das heißt, wir haben jetzt hier die Gegenbewegung und der Markt fängt sozusagen irgendwann an wieder rumzudrehen. Dann wäre es das wahrscheinliche Szenario, dass wir sozusagen den Markt, kleinen Augenblick, jetzt gehen wir wieder in den Tag hinein, dass wir hier den Markt in der Stunde, aus der Stunde heraus in den Tag betrachten. Und da hätten wir dann die Situation, dass wenn wir hier wieder nach unten laufen, dann die Anlaufpunkte auf der Unterseite liegen haben. Die habe ich Ihnen hier markiert. Das sind immer die naheliegenden Tagestiefs, auch interessante Bereiche. Das heißt, hier haben wir einmal das Tief von gestern. Warten Sie mal, da müssen wir das mal etwas so runterziehen, beziehungsweise ich zeige es hier einfach hier unten. So, das ist etwas verrutscht. Dass wir sozusagen hier das Tagestief von gestern als Anlaufpunkt haben, das sind 0,87, 685, beziehungsweise dann gefolgt vom nächsten Tagestief, was hier auch relativ nah dann auch liegen kann bei 0,87, 581. Das wären diese Punkte entsprechend auf der Unterseite. Da brauchen wir dann allerdings die Bestätigung dieser Tageskerze. Jetzt momentan am Morgen läuft der Markt sozusagen nach oben. Alles gut von der Seite her, weil wir warten ja im Endeffekt für das Abwärts-Setup auf die Richtung nach unten. Aber wenn der Markt die Oberseite wieder anläuft, und das ist ja auch das Interessante, was man in diesen Märkten hier sehen kann, dass aus diesen Kerzen halt beide Richtungen möglich sind. Wenn wir die Aufwärtsdynamik wieder bekommen und sozusagen hier in der Stunde einen Markt sehen, der dann doch nach oben läuft, weil wir haben jetzt hier untergeordnet, wenn man das in dem kleinen Bereich mal sieht, ich mache mal diese beiden Markierungen hier weg, wenn wir uns mal diesen kleinen Bereich hier unten anschauen, dann haben wir jetzt momentan hier bereits wieder einen aufwärtsgerichteten Markt. Das heißt, einen Trend in der Stunde, der die Oberseite anläuft. Und das ist dann das Interessante, weil wenn hier ein Aufwärtstrend vorhanden ist und dieser auch fortgesetzt wird, gut, der steht jetzt weit in der Bewegung, da macht es halt Sinn, erst mal auf eine Korrektur zu warten. Dann haben wir allerdings hier die Möglichkeit, wenn der Markt von oben irgendwann wieder korrigiert, können wir aus seiner Korrektur heraus sozusagen dann auf die Oberseite gehen. Und da haben wir, wenn wir in den Tagesschart gucken, auch spannende Geschichten vor uns, weil wir haben hier oben wieder diesen Widerstandsbereich. Das heißt, wir haben hier Anlaufpunkte auf der Oberseite, wo wir die Tageshochs haben. Und das ist ja schön, wenn wir als Händler zwei Strategien traden können in einem Markt und einfach nur abwarten müssen, was der Markt entsprechend als nächstes tut, um uns hier die entsprechende Richtung mit vorzugeben. Und damit würde ich auch ganz gern in den dritten Markt hineingehen. Und zwar ist das das Währungspaar US-Dollar-Rubel. Da haben wir nicht so oft auf der Uhr so ein Währungspaar, aber auch diese Charts bieten hin und wieder doch interessante Level. Was ist hier interessant? Worauf habe ich hier geschaut? Ich habe mich gestern in der Tagesvorbereitung, bin ich auf die Situation aufmerksam geworden, dass dieser Abwärtstrend, den wir hier hatten, hier an dieser Stelle gebrochen worden ist und wir jetzt doch eine schöne Dynamik nach oben laufen haben. Und da ist die Situation, wir sind jetzt hier in einem Markt, wo gerade frisch der Aufwärtstrend gebildet worden ist. Sehen Sie, dass hier an dieser Stelle, was ich hier grün markiert habe, hier oben lag das Hoch entsprechend von dieser trendbrechenden Aufwärtsbewegung bei 62,93,897. Und jetzt haben wir den Markt hier in eine Stelle gelaufen, wo wir tatsächlich im Tagesschart einen Aufwärtstrend gebildet haben. Und wenn wir uns hier mal an dieser Stelle die Frage stellen, wenn dieser Aufwärtstrend gebildet worden ist, wer kann denn nach uns kaufen? Und da haben wir hier oben doch einige Levels liegen, wo nach uns im Markt Orders liegen können, die wir nach oben begleiten können. Das heißt hier, um die Hochbereiche der vorher liegenden Hochs, das sind dann die Marken von 63,92737. Dann haben wir hier die 64,27155. Und dann hier oben das Hoch bei 65,02443. Das sind die Marken, die vor uns warten. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant, auch das Ganze zu beobachten. Jetzt haben wir hier diesen Ausbruch auch gehabt. Und ich persönlich, jetzt zeige ich Ihnen mal, wie ich sowas dann entsprechend in der Regel angehe, wenn ich ein Signal bekomme, beispielsweise Trendentstehung. Und ich schaffe es jetzt nicht, den Trend direkt mit seiner Entstehung zu traden, wie jetzt das ja hier auch der Fall ist. Der Markt ist ja jetzt schon oben drüber gelaufen. Dann gehe ich vom Prinzip direkt in die untergeordnete Zeiteinheit und lasse mir das Ganze durch eine Trendfortsetzung bestätigen. Das heißt, ich schaue mir an, wie der Trendverlauf vorher gewesen ist. Das zeichne ich Ihnen hier direkt einmal ein. Das heißt, wir haben jetzt hier im Chart ersichtlich die Aufwärtsbewegung hier sozusagen in den Markt hinein. Das ist das, was wir gesehen haben. Und wir sehen jetzt in der Stunde, dass dieser Chart hier entsprechend nach oben gerichtet ist, weit in seiner Bewegung steht. Und was ich jetzt im Endeffekt sehen möchte oder worauf ich warte, da lasse ich auch immer mal den ein oder anderen Pip liegen. Aber das ist halt so. Damit lasse ich mir das Ganze bestätigen. Ich warte einfach ab, bis hier eine Korrektur kommt. Und wenn diese Korrektur wieder rumdreht, das heißt hier nach oben, dann nehme ich mir dann die dritte Zeiteinheit zur Hand, sozusagen beispielsweise die 5 Minuten oder die 10 Minuten, je nachdem, was Ihnen da liegt oder gerne auch die 15 Minuten, dann sehen wir nämlich, wenn eine Korrektur in der Stunde einsetzt, dann haben wir in der kleineren Zeiteinheit entsprechend dann einen Abwärtstrend. Das heißt, das, was wir jetzt hier in den 5 Minuten sehen, das würde sich dann entsprechend fortsetzen. Das heißt, sehen Sie, wir haben jetzt hier in den 5 Minuten eine Bewegung nach unten gehabt. Wir haben wieder ein oder ein Stück nach oben gehabt und wir hatten ein tieferes Tief gehabt. So und jetzt ist der Punkt, den ich meine, wenn die 5 Minuten, also wenn die Stunde jetzt etwas anfangen sollte, zu korrigieren, dann haben wir hier die Situation, dass der Markt hier runterläuft. Und wenn die 5 Minuten dann in der Situation sind, dass sie wieder rumdrehen, das heißt, ich mache mal jetzt hier das Optimalbeispiel ein, dass wir jetzt hier den Abwärtstrend hatten und der Abwärtstrend ist wieder gebrochen worden. Das heißt, die 5 Minuten laufen oben. Dann haben wir die Umkehrsituation im Stundenchart. Und das ist das, was ich dann sehen müsste. Das heißt, sobald die 5 Minuten dann wieder sich aufwärts bewegen, kann ich hier in den Markt hineingehen und aus der Korrektur heraus in den Trend der Stunde, in den Trend des Tages traden. Also diese Dinge lege ich mir hier an dieser Stelle so genauso auf die Uhr und schaue einfach mal nach, was der Markt hier macht. Das heißt, ich laufe dem Signal nicht hinterher, sondern schaue einfach, dass wir hier entsprechend die Bestätigung durch den Markt bekommen. Und das ist das, wie wir dann sozusagen aus dem Premium-Signal, aus dem ersten Signal, noch ein gutes Zweitsignal bekommen können und dann auch durch die Bestätigung des Marktes hier wieder hineingehen können. Das an dieser Stelle zu dem Währungspaar Euro-Rubel. Und damit bin ich auch für die heutige Marktbesprechung am Ende angekommen. Ich sehe gerade, wir haben keine weiteren Fragen im Webinar gehabt. Ich sehe auch, der Bob war mit dabei. Schönen guten Morgen, Bob. Ich sehe gerade, Sie haben das Webinar auch verlassen, weil Sie selbst etwas zum Traden haben. Viel Erfolg auch in Ihrem Trading, Katzi Katzi. Ich freue mich, danke für den Applaus an dieser Stelle. Noch ein kleiner Hinweis. Ich mache ja jede Woche Freitag an meinem Morgenbesprechung sozusagen noch einen edukativen Teil. Und da möchte ich diese Woche gern einmal das Thema aufnehmen, wie kann man denn News effektiv traden? Weil wir haben ja diese Woche wieder Nachrichten, die wirklich als Major News sehr, sehr wichtige Nachrichten auf der Uhr stehen. Und da ist es ja wichtig, wie gehen wir denn mit solchen News um? Was machen wir im Vorfeld? Was machen wir, wenn die News entsprechend auch an den Markt gegeben wurden? Was können wir da tun, um vernünftig zu traden? Da möchte ich Ihnen gerne meine eigene Strategie auch vorstellen, wie ich mit Nachrichtenveröffentlichungen umgehe. Darauf werde ich dann am Freitag an dieser Stelle einmal etwas intensiver eingehen, damit Sie auch die ein oder andere Idee bekommen, wie Sie sowas auch anpacken können, wenn Sie die Zeit haben, das Ganze auch live zu traden. Also an dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, Sie morgen wieder begrüßen zu dürfen. Gegen 8 Uhr gibt es den Eintrag des Blogs auf der Website von Tickmill. Und um 9 Uhr treffen wir uns dann wieder hier mit der Besprechung der aktuellen Handelsideen, die dann im Nachgang natürlich auch wieder auf dem YouTube-Kanal, so wie heute auch, zum Abruf zur Verfügung stehen. Also gute Trades und bis morgen, Ihr Mike Seidel.